Musik Herzlich Willkommen zurück zum nächsten Part von Let's Play Borderlands 2 und ich denke wir machen jetzt mal direkt hier diesen Marauder zu richten Oh der hat es überlebt, der direkt daneben stand Das ist natürlich geil Der liegt immer noch Schneller nachladen Boah der lädt ewig Oh 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 Okay Ja, sehr geil, auf jeden Fall. So, wir gehen nochmal eben zurück zu Sir Hamalok, weil der hatte ja auch noch... Da können wir das auch noch abgeben und der hat ja auch noch eine Mission für mich. Für uns, muss ich sagen. Liarsberg. So, mal sehen. Finde das Audiolog? Hä? Achso, das ist die nächste Mission. Wo ist denn das hier in diesem Bereich? Ne, Sofortgesundheit. Ist das nicht das, was ich gesucht habe? Ähm. Wo ist wieder drin? Hallöchen zusammen, wie geht's denn so? Hier ist Jack! Keiner bewegt sich! Was bedeutet das? Äh, Verzeihung, wie war noch ihr Name? Pierce. Also, Miss Pierce, und bitte brechen Sie mir jetzt nicht das Herz und sagen, dass es Mrs. Pierce heißt. Dieser Zug gehört nicht Ihnen. Würden Sie sich bitte umdrehen und mich ansehen, meine Hübsche. Dieser Zug wurde rechtmäßig referiert unter... Heilige Scheiße! Was ist denn mit Ihrem verfickten Gesicht passiert? Anscheinend... ...war ihr Gesicht nicht mehr ganz so, wie es sein sollte. Ach, komm, wir wollen jetzt nicht alles hinzuschlagen. Ich wollte ja zum Sir Amalek... ...Sir... ...Hemalok zurück. Das war aber schwer. Ja... So, ähm... ...einmal... ...Schwurl-Tark. Skin-Anpassung. Möchtest du gegen einen Zwerg kämpfen, der auf einem Bulimung reitet? Ist die Antwort ja, begib dich bitte zum Southern Shelf und besiege Mitch Monk für mich. Ist die Antwort nein, bist du ein Tropf und ich habe nicht den Wunsch weiter mit dir zu sprechen. Ah, ja, das ist schön. Ja, toll. So, ich denke, wir machen aber erstmal diesen, ähm... Von, äh... Ne, warte, welches ist das? Ach so, genau das hier. Mach' erst mal zu Ende. Mit den Audiologs. Ach so, das ist so, hier können wir Moni kaufen, aber auch, denke ich nicht. Viel Glück! Hol' Qualität, die Vergepreise und ich stelle keine Fragen. Ja, das ist toll, dass du uns töten lässt, wenn wir woanders was reinkaufen. Freu' ich mich ja schon drauf. So. Wo ist denn das nächste Audiolog? Ganz... Da ist noch ein Kistchen. Ähm, einmal hier hoch, bitte. Wird es wahrscheinlich irgendwo sein, hier. Ähm... Hier oben drauf. Ja. Also, ich mach' Ihnen einen Vorschlag, Lady. Ich weiß nicht mal, wie ich sie anreden soll. Sie erzählen mir, warum sie so aussehen, als wären sie in einem Bandschleifer gelaufen und ich lass' euch alle gehen. Mein Mann hat mir einen Skek-Perlenring geschenkt. Die Perle hat hungerverursachende Pheromone freigesetzt. Oh, was soll ich sagen? Das tut mir echt leid. Verzeihen Sie, dass ich... Äh, wo ist Ihr Mann jetzt? Er ist drin. Das bricht einem Jatas Herz. Aber jetzt haben Sie wenigstens was mit Ihnen gemeinsam! Okay, also... Jack... ...hat Helena Pierce... ...beseitigt. Wenn man das jetzt mal so sagen will. Nicht ganz so geil. So, hier ist auch noch irgendwo eins. Audiolog! Vielleicht oben drauf. Wie kommen wir denn da drauf? Achso, natürlich. Wo ist das denn? Hallo? Da drinne? Kann ja eigentlich fast nur da oben drauf sein. Ähm... Ähm... Äh, ich... Ach, ich häng' hier gerade fest, deswegen... ...muss ich gucken, dass ich irgendwie wieder hier wegkomme. Weil jetzt geht es hier wieder. Wo zur Hölle ist dieses Audiolog? Audiolog? Hier drinne? Nein, da kommen wir nicht rein. Äh. Ich weiß nicht, aber wo soll das bitte sein? Ähm... Ähm... Keine Ahnung. Naja, machen wir erstmal eine andere Mission. Vielleicht taucht es ja irgendwann nochmal wieder auf. So, äh, du hast ja auch schön. Ähm... Okay. Schwierigkeit hart. Ja, okay, komm. Siehst du meinen Hut? Der Hut eines Gentlemans. Aber ihm fehlt das gewisse etwas. Etwas Bullimong-Fell könnte diesen Zweck erfüllen, wenn du mir das besorgen könntest. Um an das Fell eines Bullimongs zu kommen, musst du es ihnen mit bloßen Händen abreißen. Schwäche einen Bullimong mit Schüssen, dann gib ihm mit den Fäusten den Rest. Okay. Klingt nicht allzu schwer, wird es aber vermutlich trotzdem sein. Achso, ne, wir müssen da vorne rum. Gut. Der ist weit verstreut. Davon müssen wir durch das Gebiet, was wir uns da freigekämpft haben. Schauen wir den jetzt mal. Ich fahr' mich immer noch, wo dieses Audiolock da war. Hm. Naja. Okay, da werden garantiert wieder Gegner auf uns warten. Ist ja immer schwerer atmet, je länger man läuft. Ich fahr' das nicht. Wow. So. Gut. Was ist hier sonst noch? Oh, sonst. Boah, das ist aber weit jetzt. Am ersten komm ich schon leer. Das wird schon größer. Da kommt der Kreis. Oh, ich hab' ich mutter. Entschuldigung, ich hätte deutlicher sein müssen. Du musst den Bullimon mit einem Nahkampfangriff töten, um sein Fell zu bekommen. Klar, du könntest auch einem toten Bullimon das Fell abziehen. Aber wo wird da der Spaß? Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht? Boah, wie im Wege nachher. bookend ist das für ein Läbender Staat. Jetzt nehmen wir sein Fell. Abgesehen davon, dass es perfekt zu meinem Hut passt, werde ich jetzt untersuchen für einen Almanach. Und die Homolettes sind so klein und trotzdem so... bies. Natürlich. Und da schweb ich noch mal. Super! Er ist dir schlecht! Gib ihm im Nahkampf den Rest! Nein! Boah, die sterben so schnell! Komm, 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 komm! Umso, umso, umso. Ich muss da fast wieder rein. Ich bin so... Also, der Bullimon ist geschwächt. Jetzt fang Passiv 1 mit deinem Nahkampfangriff... Uhuuuuh, sammelst du Bullimon-Fälle? Ich liebe das Zeug! So, Hemellock will dir also eine Sniper Rifle geben! Laffhaftes Angebot! Bring mir die Fälle und du bekommst eine geile Schrotflinte, die ich einem toten Kammerjäger abgenommen habe. Ganz frisch. Man riecht noch die Trauer an hier. Ah ja. Also Sniper Rifle, wenn wir das bei Hamalok abgeben. Und... Super, er ist geschwächt. Nö. Au. Nicht? Cool. Wo bleibt da der Spaß? Ja, das hast du schon mal gesagt. Keine Munition mehr dafür. Probier mal die hier aus. Flitter der Spaß. Warum einfach, wenn es auch um die Zierdreht? Super, er ist geschwächt. Gib ihm immer ganz den Rest. Wunderbar. Du hast jetzt genug, Phil. Bring es mir und meine Sniper Rifle gehört dir. Hör nicht auf ihn! Bring mir die Fälle! Und ich gebe dir eine Schwarzlitte! Ach. Alles klar. Kehre zu Hamalok zurück. Oder kehre zu Kleppschalbe zurück. Also ich muss sagen, diese... Pistole hat es mir echt angetan. Weil die ist tatsächlich ziemlich nah. Das kann man echt nicht angetan. Die Explosionspistole. Wir haben gerade übrigens noch eine neue bekommen. Die hier? Ne. Ich meine, dass die hier... Ah, die obere ist aber besser. Ah, haben wir noch ein Token? Ja, zwei Stück sogar. Nachleide... Oh, Feuerrat. Scheiße. Ich muss so auf den Treffsicherheit. Also, auf geht's weiter jetzt. Ich nehme mal doch... Schneller... So. Hamalok oder Crap... Ich denke, wir gehen zu Hamalok, weil... Ich gehe doch eher... ...nicht... ...auf eine Shotgun... ...oder Schrotflinte. Hier, nachdem ist ja das gleiche, fast. Hier, sondern lieber... ...da ist ein wieder Rax. Sondern lieber, ähm... ...auf eine Sniper, beziehungsweise ein Rifle. Je nachdem, was auch immer das ist. Können wir in das Wasser? Well. Lala. Es tut weh. Raus hier. Ja. Äh, knapp. Sind die Gegner? Auf jeden Fall seien Speicherblut. Das ist gut. So. Das. Und... Aber ansonsten ist hier nichts. Sieht zumindest nicht danach aus. Gut, ähm... Alles klar. Also... Gehen wir zu Hamalok, denke ich. Und zwar machen wir das... ...im nächsten Part. Jetzt erstmal... Mit einem Schuss sind die down, aber die zu treffen ist schwierig. Die müssen wir alle verrecken, ey. Komm, 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 komm. Einer ist noch da. Den machen wir auch noch schnell in diesem Part. Nein. Oh, noch einer. Fuck. Oh, noch einer. Fuck. Alles klar. Gut. Okay. Wir sehen uns im nächsten Part wieder. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und wir sehen uns im nächsten Part wieder. Ciao.